Showa Dainichi, 70 cm frischer Bosoi. Auf den haben wir als Missal gefällt. Das ist der Body, den die Japaner mögen. Unglaublich massiger Fisch, das ist auch schwer ohne Ende. Auch der ist angeteilt, sonst wäre das nichts. Eine sehr schöne Zeichnung, massiger, pulliger, mit kuleser Körper. Endmaß hier 75 cm, viel größer, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er 80 cm schafft. Wir machen durch die Zettelung. Doppelt und stück. Doppelt. Doppelt. Doppelt.